Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Star Stable Spezial, denn ich glaube nicht, dass das ein Teil vom Let's Play werden wird. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhat. Ich habe Sonji noch nicht gesagt, was ich mit ihr vorhabe, denn ich erkläre das ihr mit euch zusammen jetzt. Und zwar werde ich gleich einfach die Augen zumachen. Wir können das jetzt leider nicht mit Beweiskamera oder irgendwas machen, weil dafür müsste ich die Kamera laden, aufstellen mit Stativ, meinen Licht anmachen, mich filmen, dass Sonji rüberbringt. Nein. Ich werde gleich die Augen zumachen und Sonjis Aufgabe ist es, mich nach Hause zu bringen, also nach Fort Pinter. Was? Ich starte in 3, 2, 1. Hau rein, viel Spaß, viel Glück. Was? Du musst mich steuern. Was? Du musst mir sagen, wo ich lang reiten muss. Dreh dich mal um 90 Grad. Nach? Nach rechts. Nach rechts. Stopp! Und jetzt einfach geradeaus? Nicht so schnell! Nicht so schnell! Nicht so schnell! Kannst noch weiter? Kannst noch weiter? Jetzt ein bisschen nach links. Ja. Jetzt rechts ein bisschen. Stopp! Jetzt noch ein bisschen nach rechts. Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ja! Du hast doch einen Schaden, Alter! Jetzt mehr links einschlagen. Noch ein Stück! Ja! Das sieht gut aus. Wie weit sind wir schon? Wir sind gerade bei Violet. Und nach links. Links, 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 links. Ah, du meintest vorhin ein Quest. Ja, vorhin ein Quest. Ich hab gerade überlegt, wer ist Violet, Alter? Die Rangerin. Ja, ja, ja. Got it. Got it. Du musst gucken, dass ich dich da durch den, äh... Schlitz. Du musst auch schon selber Gas geben, ne? Ach so, ja, ja. Das muss ich... Entschuldigung. Nach links. Sonst läufst du gegen ein Schild. Jetzt nach rechts. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Weiter, 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 weiter. Ja, noch links, 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 links. Schnell nach links. Schnell nach links. Stopp, stopp. Noch rechts, noch rechts, nach rechts. Jetzt geradeaus. Links, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Okay, okay, okay. Nach rechts. Noch ein Stück. Und stopp. Jetzt kannst du eigentlich erstmal... Nein! Nicht stoppen! Jetzt kannst du erstmal so gerade weiterlaufen. Ja, bevor ich hier nachher irgendwie Dolce Abbey oder so falle. Ja, ist klar. Ja. Ich höre, wie mein Pferd schnaubt. 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 Jetzt hart nach links. Stopp. Nach rechts. Sehr nach rechts. Noch mehr nach rechts. Noch mehr nach rechts. Noch mehr nach rechts. Noch mehr nach rechts. Ich merke das schon. Stopp. Da ist eine Laterne. Wo? Okay, bist dran vorbei. Ohhhh. Ohhhh. Bist du irgendwie behindert? Wie reitest du? Du willst mich doch verarschen. Was denn? Warum wohnst du in Fort Pinter? Hä, wieso? Jetzt muss ich dich flach pfeifen über die Brücke kriegen. Hahaha. Oh, das wird lustig. Kriegst ein 6er Chicken Nuggets, wenn du es schaffst. Ohne, dass ich runterfalle. Das, ich weiß nicht, ob das klappt. Da musst du aber auch genau auf mich hören. Da musst du auch auf Stopp hören, ne? Ja, ja, ja. Ich höre auf dich. Wie weit muss ich eigentlich noch gerade auslaufen? Bin ich schon lange irgendwie... Nein. Alles gut. Jetzt ein bisschen nach rechts. Warte mal, ich muss mal hinter dich, dann geht das besser. Noch ein Stück nach rechts. Ja. Ich hab das Gefühl, das war ja fast schon zu einfach. Ein Stück nach links. Bis jetzt bin ich ja noch nicht gestorben, oder? Oder war ich schon mal tot? Nee. Pferd. Ich höre, dass du langsamer wirst. Und nach rechts. Sehr stark nach rechts. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Stopp. Nach links. 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 Ja. Sag Bescheid, wenn ich über die Mauer drüber bin. Ich hab Angst. Jetzt nach rechts. Nach rechts. Weiter. 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 Ich will nicht runterfallen. Nein. Alles gut. Weiter. 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 Gehst du geradeaus? Und Stopp. Wir sind da. Ah. Ah. Ich dachte, wir sind jetzt erst vor der Brücke. Nein. Das ist dann ein Sechser-Chicken-McNuggets für mich. Welche Soße. Und ich habe sogar... Süß-sauer. Ich habe sogar Videobeweis, weil du bist nämlich wirklich nicht runtergefallen. Ja, stimmt. Du hast Videobeweis. Ich hab Videobeweis. Ich hab Videobeweis. Strang gedacht. Na gut. Na gut. Tee. Jetzt ich dich einmal oder wie lange hast du schon... Wie lange geht schon eine Aufnahme? Ich hab nicht auf... Keine Ahnung. Ich hab keine Uhr gestellt. Ich auch nicht. Zehn Minuten oder so. Höchstens. Ich bring dich zu dir nach Hause. Richtig tricky. Bis auf die Fähre. Digga. Machen wir. Komm. Na gut. Man ist übrigens sehr geneigt, doch mal zu spinksen. Also wenn du da Probleme hast, dann bind dir die Augen zu oder so. Äh. Äh. Warte mal. Deine Eltern kommen gleich rein und so... Oh mein Gott. Vielleicht klappt das noch. Ich hab hier noch so altes Verbandsmaterial vom Ding. Erstmal Verband um die Augen. Warum nicht? Ja. Kann man mal machen, ne? Ich weiß noch nicht, ob das reicht, weil ich glaube, das ist zu... war das zu durchsichtig. Das geht nicht. Das klappt nicht. Äh. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo einen Schal habe. Ich muss mal gucken, ob ich einen Schal finde. Ich glaube, meine Mutter kommt eh nicht hier hin, weil die ist eh am Pennen. Ist nämlich erst heute Morgen um fünf ins Bett gegangen oder so. Ja. Okay. Okay, I try my best. Okay. Ready? Ready. Dann gehen wir mal in den sanften Trab über und biegen eine große Linkskurve. Ja, so schön ein bisschen nach rechts. Noch ein bisschen. Ja, das ist gut. Jetzt schön nach rechts. Folge dem Klang meiner Stimme. Das wär's doch. Weiter nach rechts. Weiter. Weiter. Ich muss hinter dich. Jetzt verstehe ich das, wieso du das gesagt hast. Äh. Weiter nach rechts. Ja. Ein bisschen nach links. 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 Oh, du bist gegen Haus gelaufen. Äh. Okay. Ganz, ganz scharfes rechts. Durchgedrückt halten. Und stopp. Links. Äh. Na, das war zu viel. Verdammt. Ah, ich denke nicht an den Screen Delay. Okay. Äh. Okay. Dreh dich ein bisschen nach links. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und stopp. Geradeaus. Achso. Okay. Rechts. Rechts. Genau. Eine schöne große Runde um mich herum herum. Weiter rechts. Stopp. Geradeaus. Links. 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 Was ist bei dir links? Das ist links. Okay. Äh. Jetzt ein Stück nach rechts. Noch ein Stück. 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 Okay. Geradeaus. Perfekt. 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 So kriegen wir das hin. Weiter. Beschleunigen. Achso. Ticken nach links. Ganz kleinen Ticken. Noch ein Ticken. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Ja. Ein bisschen nach rechts. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Stell, stell, stell. Okay. Und jetzt ganz hart nach links. Ganz hart nach links. Oh Gott. Das wird schwierig. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab so Angst. Da ist Wasser. Da ist überall Wasser. Was? Okay. Jetzt bleibt erstmal geradeaus. Vielleicht sollten wir gleich runter. Einen Schritt gehen. Das ist die Idee. Wie mach ich das jetzt? Okay. Ein bisschen nach rechts. Nur so ein Hauch. Einmal so tippen. Ja. Nach links. Ganz doll. Links, 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 links. Ja nicht so viel. Nicht so viel ist okay. Nach rechts, rechts, rechts ein bisschen. Oh jetzt. Okay. Nach vorne. Links. Links, 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 links. Sehr schön. Nicht so viel, nicht so viel. Okay. Geradeaus. Links. 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 Ich mach doch. Kommt geradeaus, geradeaus, geradeaus. Rechts, 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 rechts. Oh Gott. Schlangenlinien. Wenn nicht einer sieht, der glaubt, du hast getrunken. Ja. Okay. So jetzt. Perfekt. Du bist schon von alleine stehen geblieben. Jetzt drehst du dich einfach mal nach rechts, bis ich Stopp sage. Weiter, weiter. Stopp. Ah, das war zu weit. Das war viel zu weit. Äh. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, so ist gut. Geradeaus. Alter Falter, was hab ich mir da überlegt? Okay. Und einmal stehen bleiben. Nach rechts drehen, bis ich Stopp sage. Stopp. Alter, ist der Screen Delay so heftig. Jesus. Okay, nochmal dreimal nach links tippen. Okay. Das, ja, damit kann ich arbeiten. Geradeaus. Ja, kannst ruhig einmal beschleunigen noch. Ein bisschen nach links. Sonst titschst du mir hier gleich gegen die Wand. Nach rechts, 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 rechts. Rechts. Ja. Ja, ich muss hinter dich. Okay, links, links, links. Stopp, stopp, stopp. Stehenbleiben, 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 stehenbleiben. Oh, Kind. Okay. Stehenbleiben, stehenbleiben. Stopp. Hör auf. Stopp. Kind. Was mach ich denn? Du rennst von einem Ende ans andere Ende. Okay, nach rechts drehen. Im Schritt weiter gehen. Also ich stehe gerade, ne? Ja, du stehst. Im Schritt weiter gehen. Nach links, 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 links. Ja, ein Stück nach rechts, 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 rechts. Rechts. Ich mach doch. Und jetzt, jetzt bleibst du stehen, weil ich Angst habe. Jetzt drehst du dich nach links. Stopp. Und jetzt gehst du geradeaus. Was? Ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Ein kleines bisschen nach rechts. Ein Ticken nach links. Äh, du bist stehengeblieben. Ja. Nach links. Ah. Mehr nach rechts, mehr nach rechts. Äh, jetzt stehen bleiben kurz. Warte, warte. Ich muss dich ein bisschen ausrichten. Ein winziges, ein ganz, ganz winziges, kleines bisschen nach rechts drehen. Wirklich nur ganz, ganz minimal. Äh, passt das? Ja, wird schon, okay. Geh geradeaus. Wird schon, okay. Ja, ja. Ausgehen, geradeausgehen. Ruhig beschleunigen. Ein bisschen. Okay, stehen bleiben. Jetzt müssen wir auf die Fähre warten. Jesus Christ, ich will mir das Video gleich angucken, ne? Boah, ey. Du wirst dich selber kirre machen, glaubst du mir. Oh. Oh. Ah. Na komm doch auf diese bekloppten Ideen. Keine Ahnung. Ich? Jetzt würde ich mich selber umbringen, wenn das den Ton nicht aufgenommen hat. Jetzt wird es schwierig. Echt? Ja. Ah, da ist eine Fähre zwischen. Das ist... Ah. Auf die Fähre zu kommen ist doch einfach. Die Ferie le... Ferie, die Ferie legt an, genau. Die Ferie. Aber... Aber wir müssen noch warten. Das ist die Falsche. Achso, hier fehlt ja nur eine. Ja, komm. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ich muss ja erstmal ankommen. Okay, geradeaus gehen. Geradeaus gehen. Okay, 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 okay. Ja, ja. Und einmal stehen bleiben. Nach rechts drehen. Okay, stopp. Und ein kleines bisschen mehr nach links. Nein, das war viel zu weit. Nach links. Nach links. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und ja, ja, ein kleines Tick nach rechts. Kann jetzt geradeaus gehen. Noch ein Tick nach rechts. Noch ein. Und nach links. Links, 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 links. Und rechts, 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 rechts. Du bist noch zu fehl. Was machst du? Geradeaus gehen. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, und stehen bleiben. Genau, genau, genau. Stopp, stopp, stopp. Nicht rückwärts gehen. Geh mal weiter geradeaus. Und dreh dich dabei so ein bisschen nach links. So einen ganz kleinen Ticken. Okay, und jetzt stehen bleiben. Noch ein Schritt nach vorne. Und dann wieder stehen bleiben, bitte. Ich will nicht, dass du hier runterfällst. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt drehst du dich noch ein bisschen nach links. Okay, und jetzt sprinten. Was? Sprinten. Gib voll Gas. Okay, und jetzt ganz scharf nach links. Ganz scharf nach links. Links, 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 links. Stopp, rechts, rechts. Okay, stopp, stopp, stopp. Das war dumm. Okay, das hätte ich nicht tun dürfen. Okay, geradeaus. Einfach geradeaus. Nicht rückwärts, geradeaus. Ich bin verwirrt, was? Geh geradeaus. Nochmal. Versuch's nochmal. Ja, du bist frei. Okay, geradeaus, geh. Geradeaus, geradeaus. Links, links. Was machst du? Ein bisschen nach rechts. Okay, nach links, nach links, nach links. Ja, so ist perfekt. Geradeaus. Jetzt ein bisschen, ein bisschen laufen. Bisschen laufen. Schneller. Noch ein Stück. Noch schneller. Ja, ja, okay. Okay, renn mir nicht weg. Ich muss bei dir bleiben. Okay. Scharf nach rechts. Ganz scharf nach rechts. Da kommt ein Auto. Ja. Okay, stopp, stopp, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Okay, bleib stehen, hör auf. Du gehst rückwärts. Bleib stehen. Dreh dich mal nach links, bis ich Stop sage. Nein. Doch. Okay, geh geradeaus. Das macht Spaß. Okay, warte. Stehen bleiben. Nach links drehen, bis ich Stop sage. Stopp. Geradeaus. Ich hab das Gefühl, wir werden sowas so nicht ankommen. Gib mal ein bisschen Gas. Was traust du mir auch, dass ich dich auf ne Fähre bringe? So, jetzt einmal nach rechts. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Ein Stückchen zurück. Nach links. Achso. Noch ein Stück nach links. Warte. Ja. Und noch ein Hauch. Hauch nach rechts. Wirklich ein Hauch. Ja. Und doch wieder ein kleines Stück nach links. Und dann sprinten. Sprinte, was das Zeug hält. Sprinte. Sprinte, Sprinte, Sprinte. Lauf, mein kleiner Wildfang. Lauf. Okay, und Feuerbremsung. Ich weiß nicht, was ich... Okay, kannst du den Verband runternehmen. Will ich mir das wirklich angucken? Ja. Hab mir voll Mühe gegeben. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber okay. Nimm runter. Ja, hab ich. Ich bin auf jeden Fall zu Hause angekommen. Ich weiß nicht... Ihr habt das ja schon gesehen, aber ich hab's echt nicht gesehen. Möchten wir noch die Abmode machen? Ja, das war lustig. Das würden wir öfter machen. Nein. Doch. Nein. Wer dafür ist, gibt einen Daumen hoch. Okay. Ich würde mal sagen, das war's dann mit der Folge auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Ach ja. Und Community High Five in drei, zwei, eins. Bam!